Willkommen bei Advanced Digital Logik. Mein Name ist Martin Christoph, Geschäftsständenleiter aus der Region Deutschland und Europa. Wir stellen hier aktuell zwei Bordversionen vor. Das eine ist ein 3,5 Zoll Reformbaugruppe mit dem GS45 Chipsatz mit einem gesockelten Prozessor. Das heißt, Sie als Kunde haben die Möglichkeit, von einem Single-Core bis zu einem Quad-Core mit bis zu 8 GHz Leistung und 8 GB RAM Ihre Leistung abzurufen. Zusätzlich bieten wir zu diesem Board Heatpipe-Lösungen an, die Sie dann auch nutzen können, um die Integration in Ihr bestehendes Gehäuse oder Kühlkonzept zu nutzen. Des Weiteren haben wir in einem klassischen P204 Express-Format den neuen Intel Atom PineView Chipsatz, der Sie auch mit den neuesten Generationen im PCI-Express-Format bis zu 4 GB RAM unterstützt und auch dort mit einem industriellen Temperaturbereich von minus 40 bis plus 85 ein Kühlkonzept begleitet. Auch hier haben wir die Möglichkeit, weitere Standardkomponenten 4x RS232 und weitere Ihnen anzubieten.